Dieses miese Stück Scheiße, sag ihm, dass ich jetzt weg bin. Bald umschließt mich die Natur wieder, so wie ich sie in meiner Brust immer umschlossen hält. Bitte schön, gnädige Frau. Jetzt stehen Sie bitte auf. Wer ist denn der da? Keine Ahnung, Frau Dr. Kiefer-Lohr. Bravo! Vogelsammerapparat, wenn Sie bitte eine Steige Hühner liefern könnten. Sag mal, sind wir eigentlich noch ein Paar? Ja. Jetzt komm halt! Die Delfine sind da! Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Danke, danke dir mal. Das wäre ich nicht für ein Paar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.